Ja, der Eichert, der Eichert, der Eichert ist erstens fertig. Ja, ist auch so. Er sagt Zukunft, was willst du erwarten? Das Flugzeug ist jetzt ein Raumschiff. Der ist wo eigentlich schon. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufen muss. Ich habe sogar gleich noch nie gespielt. Ich habe ja keinen MW2 oder MW3 gespielt. Ich habe weder MW2 noch MW3 gespielt. Großartig. Ich bin schon gar nicht. Also ich weiß nicht mehr im Aussehen, aber ich habe die noch nie gespielt. Ich glaube, die Spieler haben die Überhals, aber keine Ahnung. Ist geil. Boah. Ich freue mich auf die Intervention. Hä? Ich habe eine feindliche Drohne in Ihrer Nähe identifiziert. Ich habe eine feindliche Drohne in Ihrer Nähe identifiziert. Auch noch kein Schiff. Das ist ja auch ein Essen-Groß. Das ist ja auch ein Essen-Groß. Ich muss mich nicht mehr auf der Eichert? Ich bin noch ein Essen-Groß. Ich bin noch ein Essen-Groß-Groß-Groß-Groß. Und ich bin noch ein Essen-Groß. Alter, die Fahrt sind auf den geschnechten drei Leute drauf, das ist perfekt. Oh, Mann. Ich habe eine feindliche Drohne in ihrer Nähe identifiziert. Der Feind hat eine Konterdrohne gestartet. Würde ich den machen. Ich denke, es hat uns gerade die Führung mit verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Ich wünsche mir, dass sie mir gegnern. Wie этоiguessed? Föindliche Drohne in ihrer Nähe. Ich habe eine feindliche In ihrer Nähe, in ihrer Nähe. Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Ich habe eine feindliche Drohne in ihrer Nähe identifiziert. Mensch! Was? Ich habe keine Bappe auf die Seite. Drohne unterwegs in ihrer Position. Egal wo ich... Ich ärgere alle. Ich habe sie immer von hinten abgeschossen. Drohnenunterstützung. Bereits im Einsatz. Drohne verloren. Wiederhole. Drohne verloren. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Ich denke, das hat uns gehört... Verstanden. Skarabeos im Anflug. Ich bin in ihrer Nähe. fordern. Verwundete Drohnenunterstützung aktiv. Megistro Juni. Die Nehe. Die Nehe. Die Nehe. Die Nehe. Kabeos, aktiv! Verbündete Dronenunterstützung, aktiv! Mensch! Ja, komm! Oh, wie war denn das? Ja, ich hab schon gesagt, ich hab das gedacht. Soll ich salutieren oder nicht? Ich brauche noch ein 300 Schlott Jetzt nennst du mich schon Hitler oder was? Achtung, wir haben eine neue Mission. Weitere der Trage Die Mutter hat es ja nicht gewusst, dass da was ein bisschen fehlt